Äh? Hm? Hab ich was übersehen? Ich musste mal... Ich musste mal rüber. Ja, ich dachte, die, die verdeckt sind, sind halt verdeckt. Darüber hab ich die halt auch verdeckt. Aber scheinbar ist es das nicht. Oder so? Das ist, äh... Vor allem sind das halt auch ganz andere Statuen. Das ist, äh... Faszinierend. Äh? Ich dachte, das wär so... Hab ich... Hä? Rechtsmond. Ich versteh's nicht. Hä? Das ist verwirrend. Nee, 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 die in der Mitte hinten ist ja links. Wir sehen das Symbol nicht wegen der davor. Ja, ja. Ich dachte halt... Die, die wir nicht sehen, sind halt verdeckt. Darum hab ich die jetzt hier einfach... verdeckt auch. So. Rechtsmond. Um X. Links Kreis. Und rechts zwischen... Also irgendwie ist das seltsam. Ja. 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 Ich glaube, es gibt einen Hinweis. Welche von beiden... Leider nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Okay. Doch, warte mal. Warte, 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 warte. Ich hab's glaube ich auch gleich. Gibt es das? Ich mach jetzt aber mal... Ah! Tadaa! Geschafft! Hui! Gut, wenn man die Zeichen nicht sieht, waren die Zeichen vielleicht hinter den... Ja, ich hab's jetzt raus, ja. Ein zweit unten vielleicht, ich finde, man erkennt zu wenig bei dem Rätsel. Ja, nein, das stimmt schon so. Ja, das ist tatsächlich... Tatsächlich waren das die Felder, nur anders verteilt. Und dann war das tatsächlich so. Und das war die Logik tatsächlich. Also es war tatsächlich verdeckt. Es hätte sein können, dass natürlich... Ja, mein Einsatz hätte sein können. Aber es war in der Fall so, wie es Nama schon gemeint hatte. Und die nach unten und die nach links. Und... Ja. Geil! Das haben wir auch gut hingekriegt. Sehr schön. Äh, ich lass den Stream hatte laufen, aber schließ mal meine Augen. Deine Stimme hat halt noch einfach was einschläferndes. Echt trotzdem? Ja? So ein bisschen als würde ich mit dir teelen. Ja, sehr beruhigt. Und das freut mich zu hören. Schönen Stream noch und alle. Nachher eine gute Nacht. Ja, dann schlaf gut. Ne? Schwerst du jetzt hier? Schlaf gut? Dann was tolles. Ich hoffe, du kannst gut schlafen. Und... Freut mich, dass du hier bist und hier warst. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe durchs Mitraten nicht zu viel gesagt. Nee, ging. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Das ist ja auch nur mitgeratet. Geraten. Äh, geratet. Deutsch. Bubble. Ähm. Aber an sich. Das passt schon. Das ist ja hier. War klar. Gut. Ich kenne das Spiel auch nicht. Ja, das habe ich das... Ja. Das habe ich gemerkt. Das ist alles okay. Alles okay. So. Und jetzt haben wir alle... Lustigen... Kapier ich nicht. Das war das letzte Rätsel, oder? Fragezeichen. Wahrscheinlich nicht. Aber es scheint, wir kommen in dem Finale schon... sehr... verdächtig nahe. Dann würde ich jetzt mal speichern gehen. Wir haben einfach sechs Stunden gebraucht. Das ist ein bisschen... Ja. Ha. Sechs Stunden. Naja. Naja. Wie viel hattest du beim ersten Durchlauch auf dem Tacho? Mal, mal. Ja. Das hier ist ja die andere Gameiyorum, kinder... Aber es wird 동 동, wenn man den Stadion verbringen kann, dasscribe Coloc new silver, Was mache ich hier denn? Was ist deine bisher notiert und kann mit dir nicht informieren? Wie ist denn fast eine, wobei? Ja포 Name ist dieino der Perasse Gottes rund gefunden. Was sitzt jetzt beschreibung? Wie wert? Nur eine Stunde lang streamen wolltest? Hat... Hä? Hat keiner gesagt? Ich kannte aber halt auch den Anfang von dir. Okay, ja gut. Okay, okay. Ja, damit... Die Zeit ist, glaube ich, okay. Schachfiguren. So, Schach... Schachmatt. Ja gut, das Schachbrett haben wir unten, aber mit dem können wir nicht wieder gehen. Hieß es zumindest? Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt mit lustigen Schachfiguren anstellen sollen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Ach so, heute... Ach so, eine Stunde. Ach ja, drauf gekackt. Es ist alles so spannend und toll hier. Auch wenn ich einfach... Ich hatte nicht... Ich hatte halt schon Hänger vorhin von wegen... Wir kamen einfach nicht weiter. Es kamen. Es ging mir auf den Zeiger. Ich will ja auch ein bisschen weiter kommen. Schachfiguren. Komischerweise Läufer, Springer und Turm. Rechteckiges Stück Porzellan. Rechteckiges Stück Porzellan. Rechteckiges Stück Porzellan. Das muss doch irgendwo hin. Warte. Warte. Ne, hier ist es... Das ist ja ein Schmarrn. Wo hat's... Wo hat denn der... Ah! Gott, deswegen bist du behindert im Kopf! Alter! Chill, man. The Basics! Ah, ah! Gott, deswegen... Ah! Kann... Kann ich immer das besser wegnehmen, bitte? Ah! 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 Uff! Also, das war der lustige Raum. Wohin führt uns dieser Raum nochmal? Jetzt sind wir alle wieder wach, ne? Der führt mich also hier rein. Ah! Komm, wir trinken mal was. Ja, alles klar. Trinken wir mal was. Wir trinken mal was. Was ist los? Nee! Es ist halt... Prost! Schön! Was hast du doch mit Absicht gemacht, Nati? Ah ja! Ja, wohin gehen sie? Also, das Spiel lenkt mich hier hin. Also, hier irgendwo in der Nähe, eventuell tendenziell. Mal sehen. Nicht wach. Please do it again. Okay, okay. Ich kann also hier hin? Äh... Nein, nein! Nein! Interessant. Dieser schreibt es jetzt... Da ist... Äh... Der... Äh... äh... Nee! Verstanden? Gut. Bubble. Komisch... Jaaa... Wir können auch hier hin, aber da ist nichts. Oder habe ich hier was übersehen? Hier habe ich... Eigentlich nichts übersehen. Hier geht es dann da wieder raus. Also im Endeffekt... Führt mich das immer wieder hier hin, alles? Hä? Ich weiß nicht, was ich sonst mit dieser Statue machen soll. Mhm. Nein. Wo könnte das hingehören? Ja, danke für den Clip oder so. Was? Klang eher nach Koreanisch mit bayerischem Akzent. Genau. Richtig. Woher weißt du das? Ach Gott. Können wir über Shirts nachdenken mit dem Spruch... Und ein Mino-Gecko-Doku dazu? Was? Ich würde das schwarz haben wollen. Okay. Warum sprichst du da Klinge an? Ist jetzt meine... Dingenskirchen hier. Oder wie oder was? Hier. Voll Marketing-Gedöns. Schachfiguren. Keramik. Löcher. Sachen zum Einführen. Hä? Achso. Oh. Managerin. Danke. Ja, er ist professionelle Koreanisch mit bayerischem Akzentrednerin. Das wusste ich noch gar nicht. Man lernt immer wieder, was läuft. Äh. Hm. So schnell geht das mit den Frauen. Zack. Hast du keine Rechte mehr über deinen Dom. Ganz genau. So scheint das, ne? Super, ne? Toll. Toll. Fantastisch. Hey, du. Puppe. Willst du Schach spielen? Nein. Ja, ja. Ich merke das schon, King. Ja, ja, ja. Mich vermarkten und Geldschäffeln. Ja, ja, ja. Immer dasselbe mit euch. Ja, ja. Zäh. Benutzt auch hier einfach die Streitachse. Man soll sein Logo ja als Mann behalten. Danke für den Tipp. Na, man. Das, ja. Die werde ich auf jeden Fall Oh, ja. Oh, Mann, ey. Ihr seid so tof. Klinge ich nur an eins. Really, Nama? Jetzt hintergehst du mich auch noch. Nama. Wir müssen reden. So geht das nicht weiter. Und na, Ziel. Wir müssen auch reden. So kann das nicht weitergehen. Das wäre ich hier auf... Toll. Warum seid ihr überhaupt alle hier, wenn ihr mich eigentlich hier geht und mich nicht mögt? Ihr seid's doch doof. Hilft mich lieber hier in den Spiel, wenn da zu kommen, Mensch. Ach, nee. Schön. Ja, nee. Keine Idee jetzt tatsächlich gerade. Ich habe nie gewusst, wo ich diese komischen Dinger hier hin tun muss. Das ist sehr merkwürdig, irgendwie, hatte ich gesagt. Ich mag dich leiden sehen. Warum? Ähm. Stream ich nochmal? Hä? Ach, schön. Gut. Fort. Ich glaube, ich... Ach, ich habe doch keine Ahnung. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe euch alle so gern. Nee, wirklich. Es ist toll, dass ihr hier da seid. Ja, gut. Jetzt aber... Weiß ich aber nicht. Weiß ich nicht. Äh, hier. Schach. Ja, sag mir jetzt nicht, weil er gesagt hat, das ist nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt würde er sagen, jetzt ist es wieder zu gebrauchen. Und dann köpfe ich ihn aber. Ich sag's dir, ey. Dann ist aber... Wo war das denn überhaupt? Hier. Ja, gut. Ja, gut. Sind hier aber auch so Keramikflächen-Gedönskack-Dinger. Aber selbst da hätte ich keine Ahnung, wohin damit. Komisch. Komisch. Spaß an der Freude. 9 von 10 Leuten finden wir wirklich lustig. 9 von 10... Ja, ja. Ich merke das. Ja, genau so, glaube ich. Ich glaube, ich muss meine Marke schützen lassen, so langsam. Sonst sehe ich hier... Schlimme Zeiten. Ja, komm, du rufst du schwarzen. Äh, schwarzen. Ja, du rufst du schwarzen und schubst mal dein Ohr rüber, ne? Nee. Vorher nicht. Ich denke gerade, er hat die Axt. Aufgepasst, Leute. Was geht hier ab? Ich heule gleich. Was geht hier ab? Ich weiß es nicht. Lustige Dinge, die lustig sind, glaube ich. Gekko-Hoodle geht ab. Ihr seid so doof. Aber ganz toll, doof. Jetzt würde ich aber immer noch gerne... Ich dachte, dein Logo würde schon als Tank-Symbole-Trackmas für das 2 verwendet. Schön. Nee, nee, das war einfach nur eine Partnerschafts-Kooperation, ne? Mehr war das nicht, ne? Aber wie geil. Schön. Mensch! Nee, jetzt pass mal auf. Ich hab von Anfang an und nie wieder gewusst. Und überhaupt sowieso, überhaupt ganz noch nie. Wohin? Mit diesen Figuren. Das hab ich nie gewusst. Und weiß es halt... Immer noch nicht. Also bräuchte ich da vielleicht tatsächlich einen Tipp. Weil... das für mich grad keinen Sinn ergibt. Ich bräuchte vielleicht gleich... Moment, ich überleg doch ganz kurz, ja? Aber eigentlich... Das ist halt... Der weiße Läufer... Der weiße Läufer ist auf ein richtiges Stück Porzellan graviert. Ja, Porzellan, 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 Porzell, Porzellwurzeln. Das ist, äh, hmm. Ja, jetzt wird hier ganz schein heilig im Chat rumgelarft. Ja, ja, ja. Das ist ja hier, ne? Natürlich. Ach, Leute. Fühlt euch zurückgeflauscht, ihr Doofköppel. Ach, ja. Das schwinst zu blumen bei einer Wiese. Ja, weil ich die Einzige bin. Ja, so sieht das aus. Ist doch auch wieder kein Kompliment, nicht? Ganz ehrlich, ohne Tipps sitzen wir... Also doch so behindert, das Rätsel, ja? Hm, richtig behindert. Okay. Gut. Gut. Ach, na, mal. Sehr schön. Sehr schön. Ja, guck, du bist Salz auf meiner Brezel. Das mach ich übrigens immer ab. Schön. Schön. Ich hab dich auch lieb. Hm. Jonas! Willkommen zurück. Wir haben es hier, glaube ich, gerade alle sehr lustig. Hm. Ich muss jetzt, jetzt, jetzt muss ich erstmal ein bisschen nachdenken. Pass mal auf. Keramik. Wir haben hier recht dickes Stück Porzellan. Hm. 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 Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rumgucken. Und rumgrübeln. Ganz doll stark Überlegungen in meinem Kopf ankurbeln. Ja. Vielleicht komme ich sogar drauf. Okay. Es gibt ja noch die rechte Seite. Aber da geht ja immer noch nichts. Meines Wissens nach. Hm. Kumpel hat mich wegen ein paar Runden Smash angeschrieben. Ich konnte nicht Nein sagen. Ja, kein Problem, du. Alles okay. Wer hat denn denn, äh, hast du, hast du, hast du, hast du dieses Gewonnen? Ja. 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 Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Da drüben ist es nicht. Da drüben ist es nicht. Ich blase wieder. Ja. Ja. Liara bläst wieder. Stimmt. Ja. Das war ja Liaras Wind. Ja. Zweimal hintereinander. Wirklich. So. Nee, aber... Porzellan. Was kann man mit Porzellan so anfangen? Ja. Das... Äh... Das ist hier nicht. Das ist hier nicht. Großes Schlüsselloch. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Moment, ne? Was ist denn das da drüben? Achso, gar nichts. Okay. Ja, da sagst du nur einfach wieder genau. Ja, nee, das ist... Nee, 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 nee. Huh! Das war... Eng. Ich will mich einfach an das Wort Porzellan auffängen. Ja, ja. Eben. Ich auch. Das ist es... Das ist es bestimmt nämlich auch. Hat bestimmt was damit auch so zu tun, ja? Heiko, heilat im Himmel! Ja, ich wollte euch nur ein bisschen schocken, nicht? Das ist, äh... Mhm. Wir im Glashaus sitzen, sollte nicht mit Porzellan schmeißen. Ja, siehste mal. In der Sprache so, ja? Du bist du und ich bin ich, äh, sie ist beunruhigend und ich bin dich. So. Hm. Hätte sein können, dass das wieder was mit ihr zu tun haben könnte. Tja, ist aber nicht der Fall. Wie ich... ...absolut nicht einen Frame verloren habe in diesem Stream. Ich feier es hart. Also wenn Gekko mit uns im Glashaus sitzt, wirft er was das Zeug gehört. Richtig. Tschüss. 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 Tschüss.